Und wie ihr seht, äh, ich will doch keine Bürger, wer mich auch macht, verdammt, ähm, tja, hat's geklappt. Ich musste bewusst andauernd aus dem Menü wieder ins Spiel wechseln, dann hat er sich immer so einen kleinen Millimeter bewegt. Da hat man natürlich Schwein. Und jetzt fahren wir auf dem Staudamm. Sobom. Sobom. Warum laufen hier Menschen rum? Oh, noch eins. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Willst du fliegen in? Nee. Mein Vater, der Hände. So, da unten könnte natürlich auch noch was sein. Aber ich nehme mir erst mal die Grundstücke hier vor. Und zwei Stunts. Ich glaube, die Karre wird recht verrennen. Ich glaube, die Karre wird recht verrennen. Andererseits kommen wir auch mit der Karre fliegen. Was soll's. Okay, definitiv Monster Stunt. Oh. Warum gibt's nicht aufgekommen? Entschuldigung! Und dahinter könnte vielleicht auch noch ein Päckchen sein. Leider nicht. Oh, ich dachte schon, der hängt sich wieder auf hier. Was ist denn das hier? Ach, 8-Ball. Hier ist 8-Ball, okay. Dann wird hier sicherlich O-O oder Pay & Spray sein. Oder? Da gegenüber, okay. Dann wissen wir schon mal ungefähr, wo das ist. Ey, hier sind überall Rampen, das gibt's doch gar nicht. Schutzweste, Herz. Molotows, glaube ich. Und Flammen. Oh! Zu spät gesehen, dass das einen Preis hatte. Verdammt! Ich nehme mal ein, auf dem Dach ist nicht unbedingt ein Päckchen. Wir kommen auch gar nicht rüber, so wie es aussieht. Ah, das Polizeibüro. Oh! Jo, langer Ausflug. Sorry! Oh, verdammt! Da oben kommen wir gerade nicht ran. Oh! 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 Ich brauche ein großes Auto, bitte. Yeah! Du dürftest reichen. Gucken wir uns erstmal hier nochmal um durch. Dann müssen wir halt runter springen. Ähm, wird irgendwie schwierig mit dem Runterspringen. Obwohl, vielleicht von hier. Scheiße. Ich hab ja hofft, hier kommen wir irgendwie runter. Ich nehm mal an, das wird auch nicht klappen, ne. Dann nehm ich mir mal nen Krückenwangen, vielleicht gehts mit dem. Ach ne, das war hier. Gibi, 65. Ich mein Ziel sind eigentlich erstmal 70. Mal gucken ob wir's schaffen. Jump, jump, jump! Hallo, 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 hallo. Hallo, 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 hallo. Hallo, 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 hallo. So, ich glaube auch wir haben jetzt schon viel verpasst. Weil wir leider nicht wirklich alles so abgefahren sind. Mit der Reihe noch. Da oben könnte ich mir auch nen Blickchen gut vorstellen. Gucken wir gleich mal hoch. Nachdem wir das hier eingesammelt haben. Nachdem wir das hier eingesammelt haben. Mhm. Jetzt müssen wir bloß ne Möglichkeit finden, wie wir auf das andere Dach kommen. Na gut, man kann rüberspringen. Aber erstmal gucken wir ob hier nicht noch zufällig ins... irgendwo ist. Nun, wenn das so weitergeht, dann haben wir die 70 Päckchen aber ganz schnell voll. Jump! Oh, das hat aber auch nicht viel abgezogen. Dafür, dass es ja ein großer Sprung war. Das hat gar nichts abgezogen. Warum das nicht? Na gut. Mir sollt's ja wahr sein. Okay, ich würde ja gern zum Flughafen durchgucken. Ist da Wasser? Nö. Vor allen Dingen gern in den Parkplatz rein. Jo. Der Düte klappt. Wie kommen wir denn da rein? Ich lass mich da hoch. Verdammt. Kräger Betrieb hier auf dem Flughafengelände. Krass. Was ist das für ein lautes Geräusch? Ist das Gewitter? Oh. 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 68. Oh. Ich glaub wir können ein neues Dox hier nehmen. Na. Gnapp. Geht doch. Das heißt, da kommt man rein. Ach, da kommt man rein. Okay. Ist bestimmt auch ein Checkpoint drin. noch ein flughafen würde das irgendwie sinn machen wieso rauchen die karren alle so schnell und rüber hm, irgendwer hier hofft, wir finden die letzten zwei Effektchen schneller dann machen wir eben hier noch wieder ein Fögenpäuschen, Spitze bedanke mich bis dann bis dann